Guten Tag, ich heiße Anton und komme aus der Schweiz und aus Ecuador. Die letzten drei Wochen war ich jetzt hier in St. Petersburg zu Besuch und habe diese Sprachschule Educa besucht. Wir hatten vielleicht vier, fünf Stunden pro Tag und ich kann sagen, dass ich mein Niveau wesentlich steigern konnte. Als ich aus Wien gekommen bin, war ich jetzt auf dem Niveau A1. Jetzt konnte ich innerhalb von kurzer Zeit das A2 absolvieren. Grund dafür waren nicht nur die kompetente Lehrkräfte, aber auch, dass ich mit einer russischen Familie gewohnt habe. Und da musste ich jeden Morgen zum Frühstück und am Abend zum Nachtessen russisch reden. Und in der Freizeit ging ich spazieren, ins Museum, ins Theater und manchmal auch in Cafés und Bars und habe mit echten Leuten russisch geübt.